Einen wunderschönen guten Morgen von einem Jahr, da tauchten wir zuletzt in die Workflows von Fairright, dem Fairright Recording Studio, ab. Version 3 ändert nicht grundlegend die Bedienung der App, mein Deep Dive aus der Episode 288, der ist also immer noch aktuell. Trotzdem pinselte das große Update die komplette Fassade der App neu an und es erweitert die Möglichkeiten für den Audioschnitt am iPhone und am iPad.